Willkommen im Dungeon. Taucht ein in die dunkelsten Geschichten eurer Stadt. Ihr habt Glück, dass der Doktor schon im Hause ist. Denn hier treffen wir euren Nerv. Alles, was dir braucht, ist ein gutes AED. Und denkt daran, ein Tag ohne Lachen ist ein verlorener Tag. Geht nicht verloren. Auf geht's ins Dungeon.